Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen weiter konsequent ab. Ein Gasembargo wäre für Österreich sogar eine klare rote Linie, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck den Zeitungen der Funke-Gruppe. Man dürfe keine entsprechenden Signale senden, wenn man es nicht durchhalten könne. Und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können, ergänzte Schramböck. Es gebe ein klares Nein von Österreich und auch Deutschland, weil ein Embargo mehr schaden als nützen würde. Auf Gaslieferungen aus den für Deutschland vorgesehenen Speichern wie etwa in Haidach werde Deutschland künftig nicht rechnen können. Man könne mit österreichischem Steuergeld Vorsorge für die Speichertreffen, die dem österreichischen Bedarf dienen würden. Aber man könne nicht mit österreichischem Steuergeld Gas für Deutschland, Frankreich oder die Niederlande kaufen, so Schramböck. Der zu Gazprom gehörende Speicher in Haidach sei derzeit fast leer. Österreich lege beim Befüllen der Speicher den Fokus zunächst auf den heimischen Bedarf. Das Ziel sei es, die Speicher von derzeit 18 auf 80 Prozent aufzufüllen. Schramböck schlug vor, dass die EU bei der Gasförderung auch auf Fracking setzen sollte. Es gebe Methoden, um Skivergas umweltfreundlich zu fördern. Man dürfe sich nicht verschließen und mit dem technologischen Stand von vor 20 Jahren argumentieren. Die Technologie habe sich weiterentwickelt. Zudem brauche man mittelfristig neue Partnerschaften, etwa mit Saudi-Arabien für Solarenergie und Wasserstoff.